Der Sohn da ist, der Geigenspieler. Nikolajan, nicht Geigenspieler. Dann hat sie einen deutschen Ingenieur, der sie rausgeholt hat von Russland. Somit konnte meine Mutter auch rausgehen. Sehr klug, was er sagt. Und dann kommen sie in Berlin. Die Cousinen von meiner Mutter konnten nicht verstehen. Alles russische Abstammung. Deutsche Abstammung, 1.800. Ah, siehst du, das wusste ich gar nicht. Das hat unsere Mutter erzählt. Unser Ur-Ur-Großvater, erstens 300 Jahre her, der hat die Schiene Petersburg Moschow gebaut. Für die russische Regierung. Das muss ein guter Ingenieur werden. Das hat meine Mutter vor dem Sterben erzählt. Ehrlich? Ich wusste es gar nicht. Diese Sachen habe ich gar nicht gewusst. Ich wusste auch, er hat es gewusst. Sie hat das nicht in die große Glocke gebracht. Wenn du aus feinen Kreisen kommst, dann sind die große Glocke gebracht. Sehr klug, sehr klug. Ich wusste es gar nicht. Ich wusste es gar nicht. Ich wusste es gar nicht. Sehr klug.